Meine Oma ist gestorben. Ja, das sagt ihr jetzt. Aber wir, wir haben uns wirklich gefreut. Doch wirklich! Ja, das war, ganz ernsthaft, das ist wirklich so gewesen. Die ist 25 Jahre lang gestorben. Ja, ab dem 65. Lebensjahr hat sie jeden Morgen gesagt, ich glaube, heute sterbe ich. Wisst ihr, wie das nervt? Und die hat erst nach 25 Jahren mit den Nerven aufgehört. Ja, da haben wir uns gefreut.